So, neuer Tag, neues Glück oder wie, ne? Diesmal hoffentlich ohne, dass mich meine Katze blockiert, vann ab der Kacke. Kann das Ding auch nicht abbauen hier, ne? Na doch, so. So. Kann ich jetzt nur Platz haben? Na, so geht meine Kirschbombe. Junge, Junge, hat mir wieder Geld gekostet. Nur weil die Katze wieder zu Glück war, um sich ins Bett zu legen, ne? Junge, Junge, Junge. Oder weil ich jetzt schon zu Hause war und wegen der Katze nicht reinkonnte. Ist deswegen so gekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall halb erschöpft. So, 600 Wein. Einfach eine Tasche jetzt. Äh, nunfalls haben wir hier auch noch ein paar Früchte, ne? Ob wir arbeiten können. So. Das haben wir, das haben wir, das hier, dann... Wir machen unseren schlaugen PC. So. Aufmerksamkeit. Wirkst also nix. Wirkst hier hinterm Bauern nix. Sack. Wir müssen uns also voll auf die Tiere konzentrieren. Ich glaube, wir gehen einfach nochmal über... Äh, ins, ne? Den ganzen Moment. Wir gehen einfach über... Und schauen uns mal die Insel an. So. So. Wie viele Kuxus haben wir denn jetzt 17? Die Zehner sind noch drei Stück. Drei Stück finden uns nur noch. Wir können uns dann den ganzen Morgen auch noch andere Sachen machen. Das ist eigentlich im Grunde noch so viel. Äh. Neuer Auftrag. Habe ich den Auftrag für Kaktus? Auf Tage habe ich noch... Hier noch immer sechs Stück. Guten Tag. Für bestehende Werbeaktionen erwäge ich hochwertiges Gemüse zu einem leichten Aufpreis anzubieten. Weißt du, wo ich, äh... Sparsam lagen, bis da 25 Goldstern Gemüse finden könnte? Hab ich nicht. Es ist auch ein 100 Knoblauch an uns liefern. 100 Knoblauch? Habe ich 100 Knoblauch? Keine Ahnung. Schauen. Ich glaube, das ist echt viel. Kannst du mir mal sagen. Ah, ich habe keinen... Mehr dazu vor, ehrlich. Gut, dann gucken wir uns das hier um und machen die Tiere und alles. Wir müssen uns mal so arbeiten heute. Dekorative Fächer. Artifakt. Ich würde sagen, natürlich treffe ich nicht den, den schauen wir. So. Oh, was hier von abgeben. Oh, das ist cool. Oh, ich könnte immer noch schaffen. Ja, theoretisch jetzt... Zuhause. Holen. Einfach mal die Knoblauche auftrackern. Vielleicht... Vielleicht muss ich dann auch Knoblauche ernten? Scheiße. Was soll ich das denn machen? Die Ernten habe ich jetzt nicht gelesen gehabt. Ich dachte, ich müsste nur noch 100 Knoblauch bringen. Ja. Kann ich verspenden. Und Fächer. Ja. Wir sind am letzten Tisch angekommen. Nice. Geht aufwärts mit uns. So. Habe ich meine Gehunden dabei? Habe ich meine Gehunden dabei? Habe ich meine Gehunden machen, oder? Habe ich nicht dabei. So. So. Äh, äh. Oh, ich habe ein bisschen zwölzertiert. So. Ich bin wieder zurückgelaufen. Ich will wissen, was mit unserer Farm ist. Ich hoffe... Hallo. Ich hoffe einfach nur, wenn wir jetzt auf der Farm sind, und, äh, dass wir durchs Ernten Zeug kriegen. Und dadurch wir dann eben diese drei Kuxes noch kriegen. Ja, das wäre doch schön. Dann nämlich uns die Farm kaufen. Oder bauen. Dann können wir einen Teleporter dann nochmal bauen, irgendwann später. Dann können wir für die ganze Zeit hin und her reisen. Dann würde uns das schon mal auch kein Geld kosten. Wir würden... Wir wären viel effektiver unterwegs. Zack. Weil nachdem der erstmal teuer hier das Boot aufgeröstet hast, natürlich, ne? Was haben solche Methoden noch? Ja, für den Anfang. Wir müssen uns das Spiel sich auch beschäftigen, ne? Von daher... Ist ja okay. So. Die Sense habe ich hier auf dem Hof gelassen, ne? Ich nehme mir einfach ein bisschen Zeug das Witzig gelassen, aber einfach wieder mit. Ich muss sagen... Ach, das kann man einfach so ernten, ne? Das finde ich gerade noch, das war die Sense. Ah, cool. Total Wurzeln. Ah, die hätte ich ja auch mal mitnehmen können eigentlich. Ja, cool. Öfft bei uns. Ah, was soll denn hier noch tun, was wir mitnehmen wollen? Oh, ja, 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 nein. Oh, ja, ja, nein. Und... Schauen wir mal. Wir haben nichts dafür bekommen. Keinen... Okus Nuss. Äh... Okus Nuss war das nie. Hier vielleicht jetzt... Dann können wir mal eine. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch... Ah, es gibt doch... Ein oder zwei Nuss war es genauso. Zwei Stück noch. Dann können wir uns den Hof holen. Ein bisschen Ingwer noch. So. Ein bisschen Ingwer noch. So. Ich weiß euch nicht, wo dieser Zipma ist immer sitzen. Baumfeld! Ich habe überhaupt schon mal jemandes hier angeln, by the way. Weiß ich gerade gar nicht. Schauen wir doch mal. Da muss ich noch was für die Abnehmen Keine Fische Achso, ich hab jetzt schon wieder den Haken gewollt Hier einfach abricht dieser Scheißhaken Hundbarsch Cool Perfekt, ohne dass ich das Schuss gemacht habe Oh, ein Hundbarsch der noch besser ist Cool Halt, Halt, Halt Jetzt wollen wir es mit dem Haken So Das können wir alles da lassen Halt, was ich so sagen Gut Dann... Langstätte Schauen wir uns hier mal an Ah, jetzt muss ich auch zumachen Mit einem Bomben Spaß Was auch hier Wächst auch einfach irgendwo Lul Lul Will ich nicht Ich bin schon voll Oh, ich bin schon voll Willi? Ich bin ganz oft voll Was? Wie kriege ich dich da oben? Ich immer noch gerne Was? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, auch nicht Wie viele Bomben sind wir allein an der Stelle Was? Ah Ah Ja So, ja, klasse, dass du jetzt so kommen musst, oder? Na? Ehhhh Mal zu Wann noch was für dich? Einmal nicht. Ich brauch hier diese Verständnete Fledermaus vielleicht. Wenn ich verstanden habe. Ein Frosch. Hundert sein. Wer es für mich haben will. Eigentlich hingehen müsste ich hier oben hingehen. Ah, jetzt hier oben. Entschuldigung ich bin heute schüchtern. Immer schüchtern. So und diese Blöde. Hier eins haben wir. Und zusammen. Und zusammen. Ich schiebe hier auch noch irgendwas. Das schiebe hier auch noch irgendwas. Oder mal dahin. Ehh Oder mal dahin. ich bin gerade ein bisschen näher gekommen wie komme ich da hin verdammte kacke wie komme ich da hin so was haben wir denn hier noch hin also hier haben wir ja schon mal geholt was können wir behaupten so jetzt haben wir noch den haben wir den haben wir geholt den haben wir auch geholt also gibt es noch so ein einziges dingens was wir noch nicht haben bananen haben wir auch noch nicht bekommen das war noch toll und zwei walnuts das würde ich eigentlich auch keine mitnehmen dann verkauf ich dir eine kohle halt eben wieder so so ähhhhhhh und den weg tun den steine weg Frage wird jetzt hier noch irgendwas freigegeben eigentlich an den seiten doch ist auch noch eine guck mal von wegen kommen eigentlich kann ich da mal was sehen hier ist doch irgendwas ich kann da lang die neunzehnte vielleicht noch wo eine liegt aber ich weiß nicht wie ich dran kommen nach wie vor ich bin schon richtig hart suchen da ist ein stars mit dir weg in der seite des tagebuchs kann ich da dran bewegen noch was war das denn oh mein hier komme ich an dich ran du bist mein letzter bin ich jetzt von meiner farmentrend im grunde jetzt wird hier ran ne jetzt frage ich mich die ganze zeit das ist genau der einzige der mir jetzt fehlt ne dass ich doch einfach irgendwie hier durch kann aber ich spiele gerade um nix passiert die zeit läuft ja nicht weiter ne goldene goldene ist stradio valley so alle goldene zu finden ja 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 frontort im süden im norden den sinne rechts vom vulkan könnt ihr eine goldene vom vulkaner findet ihr töten durch monsterte insgesamt noch 17 goldene ok letzten stück ist da schon eine 2 goldene wüsste hier ist die aufgaben von monstern 13 goldene weil das im norden ist ok und auf bäume aber wie komme ich denn an die bäume an das ist die sache wie kriege ich die so und eine banane wo können wir banane eigentlich so müssen wir auch noch lösen haben wir das puzzle schluss nein das puzzle ähhhhh ok so regnerischen tag puzzle da haben wir hinter hinten ein paar verfolge ich weiß jetzt hier nix versetzt eigentlich auch ich glaube ich ne den haben wir glaube ich schon auch die quest mit pirate 2 will ich auch noch machen so ok die was ich gemacht habe den haben wir glaube ich gleich noch nicht mal schauen ist es warum das ist warum es ist ich habe die 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 Wie komme ich hier weg? Oh, ich komme mal noch auf diese Dekam, ich schätze mal. Genau. Ich werde mein Haus erfüllen hier. Ja, bitteschön. Boom, 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 boom. Aber jetzt kann ich nicht auf der Insel bleiben. Hui. Aber gar nicht alles gucken. Krass, wir haben sogar hier. Heftig. Wir können eben gehen. Toil.